Ich würde sagen, Brawler und Row aus, ey. Ich muss nochmal pushen. Ja, das war's für mich. Oh mein Gott, ich hab so hart ein Sandwich. Oh nein, oh nein. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Rollstaffs. Was geht? Hallo Porky. Rollstaffs. Hi. Hi, was geht? Ich wollte heute haben wir was richtig krasses vor und zwar darf der Pookie mich heute fernsteuern. Ich glaube, der hat schon mal eine Fernbedienung in der Hand. Ich hab hier eine Fernbedienung. Das ist eine sehr, sehr kleine Fernbedienung, aber ihr wisst gar nicht, wie viele Optionen hier drauf sind und was ich damit heute alles anstellen kann und werde. Es wird auf jeden Fall lustig. Okay, ich bin gespannt. Dann würde ich mal sagen, du darfst beginnen. Hm, ich würde sagen, gehst du mal auf Lobby verlassen rechts oben. Dann gehst du mal in den Shop, gucken wir mal, was da abgeht. Vielleicht machen wir einen Shopping-Stream auf entspannt. Annehmen. Ah, stopp. Ich hab nichts gedrückt. Sorry. Annehmen. Ja, gehst du mal in den Chat. Chat. Jetzt schreibst du mal Chat und tippst ein. Ich bin der schlechteste Brawl-Stars-Spieler der Welt. Und abschicken. Let's go. So, da haben wir schon mal Statement gesetzt, weil so ist es natürlich. Komm, ich würde sagen, machst du einfach mal X und Marvin, geh mal in den Chat. Willst du nicht nochmal lass sie schreiben? Ja, okay. Warten wir noch kurz ab. Nein, bist du nicht. Hey. Wir drücken X, let's go. Und Brawler. Oh, oh, oh. Und jetzt gehst du mal ganz hoch und jetzt nimmst du mal die Jackie. Ich bin ja richtig weggekommen. Die ist auch schon so hoch, Alter. Ja, und einfach auch, ich bin bereit. Oh nein. Ja, viel Spaß. Ich würde sagen, Autoplay und let's go, der Hard. So, ich kann das spielen. Ja, ja, Autoplay. Ist du denn, Alter? Ich glaube, ich mache Autoplay. Nee, ich lasse mal wieder an. Vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Okay, und Pause. Ah ja. Warten wir mal kurz ab. Und Play. Junge, ist es dein Ernst? Schade, ey. Die Autoplay. Let's go. Direkt ein Torbe. Miese nochmal nass. So. Oh. Das Ding, das ist doch die Tür. Oh Gott, das ist so. Dieser Tod, ey. Das ist schon ärgerlich, ne? So. Okay. Gut, du hast verloren. Woran lag es, Marvin? Und die Gegner, die über 700 sind? Nein. Du gehst jetzt noch weiter. Es lag an den Mitspielern. Und du tippst jetzt in den Chat rein. Chat. Chat. Und ihr seid so schlecht. Ausrufezeichen. Ups. Ausrufezeichen. Ja. Haha. Er hat es im selben Moment auch geschrieben. So, und jetzt warst du ein Rage-Quid. Und, äh. Ja, schau mal. Wir sind schlecht. Sorry. Ich wollte nicht. Du kannst gerne lieben. Okay. X, du gehst jetzt einfach raus. Du gehst einfach raus. Verlassen. Oh man, die Tüfe so leid, wenn ihr das hier seht. Ja, äh. Ist natürlich nicht so gemeint, ne? Äh, okay. Aber es macht Spaß. Let's go. Brawlboxen. 44. Äh, öffnen. Let's go. Einmal öffnen, bitte. Ne. Einmal. Ich klicke auf den Öffnen-Button. So. Okay. Weiter. Weiter. Und öffnen. Und öffnen. Jumil, bist du dein Ernst? Bam, den gerade. Soll ich durch ihn öffnen? Ja, ja, ich drück den gerade die ganze Zeit. Ich drück die ganze Zeit auf Öffnen. Let's go. Ein bisschen Gold fehlt ja eh. Also, wir sind Gold. Ich hab über 200.000. Ja, und? Wie lange müssen wir denn noch drücken? Hallo, wir haben überhaupt gar keine Chance mehr hier. Öffnen, öffnen. Öffnen. Und stopp. Das war die letzte jetzt erstmal. Geben wir mal wieder in den Shop. Geben wir mal rüber. Ganz rüber, ganz rüber, ganz rüber, ganz rüber. Und ich würde sagen, wir laden mal ein paar Gems auf. Machen wir mal für 21,99 Euro. Let's go, der Hase. 3.000 Gems. Let's go. So, du wirst die Gems benötigen, denn ich hab was vor. Du gehst jetzt mal wieder ins Hauptmenü. Gehst mal links oben auf dein Profilbild. Gehst mal auf deinen Namen. Und 150 Gems. Oh nein. Let's go. Der Name, dein Account wird jetzt auf jeden Fall unbenannt. Und zwar, der neue Name ist I, also I. Wir machen jetzt ein bisschen Englisch. Es geht jetzt Abstand. Herz, also rotes Herz. Abstand. D-E-R. Großes N. I-T-A. So. Und weiter. Und nochmal. Zack. Und weiter. Oh Gott, das macht ja so Spaß. Und bestätigen. Oh mein Gott. Kevin, Lukas, grüß dich ihn raus. Allerletzte, ne? Auf meinen Nacken, ne? Für die Aktion. Da hab ich auf jeden Fall was gut bei euch. Und. Okay. Let's go, der Hase. Nice. Das allerletzte, ne? Der Name gefällt mir echt gut. Junge, ich bin der größte Helium-Boxer, den es gibt. Und Leute. Aber wisst ihr, was er mir nie nehmen kann? Der Boxer hinten drauf. Sehr gut. Okay, Hauptmenü. Oh, Junge, du bist ja an. Und du lädst mich jetzt mal ein. Also Plus. Dann scrollst du ein bisschen runter. Ne, musst du gar nicht. Äh, einladen. Helium-Boxer. Let's go. Das bin nämlich ich. Äh, zack. Und ich würde sagen, Brawler. Und Bro. Aus, ey. Was denn jetzt? Ja, ja, ja. Und wir spielen jetzt. Ich spiele tatsächlich mit Jackie. Marvin. Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Du merkst, ich mein's ernst. Ich troll jetzt nicht, weil sonst würde ich nicht Jackie nehmen. Sonst würde ich einen anderen nehmen. Ich mein's todesernst. Wir müssen jetzt gewinnen. Strenge dich komplett an. Ich mach Autofahren. Junge, der hat zu mir gesagt, wenn der noch unter 60 ist, pusht er den nicht mit mir auf 1000. Pech gehabt. Dann müssen wir jetzt halt gewinnen. Ich mein, du bist ja gut mit Crow. Ich bin gut mit Jackie. Ähm. Ich glaub, das wird kein Problem. Let's go. Lasst Daumen nach oben. Dann lass ein Abo da. Uh. Ich hoffe, ich hab keine Lenken. Da wärst du mich echt mies. So. Ich geh schon mal auf die hintere Kiste. Du nimmst dir noch die mit. Okay. Ich nehm die sonst wieder einen Weg mit. Ich hab mich drauf. So viele Hits dafür, ey. Ey, ich bin so los. Kommst du? Junge, was soll denn diese Sch*** herziehen? Ey, das ist doch voll die Kacke. Na ganz ehrlich, jetzt. Unten, unten. Ja, ja, da ist was. Oh, und die Lenke pusht. Ja, okay, komm. Komm, da bleiben wir drauf. Homer gegen die Wände, genau. Ja, 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 warte mal. Die sind nicht so doof, die Gegner hier, glaub ich. Digga, das wird so spannend, Alter. Let's go. Wir müssen die Runde aufhin verholen. Komm, wir bleiben mal hier drin. Der Busch ist ganz gut eigentlich. Aua, aua, aua. Auf jeden Fall, hinter der Wand. Da dürfen wir uns auf gar keinen Fall treffen lassen, weil das wär... Das wär das Ende hier. Ich würd zwar gerne in die DMs rein, aber ich hab Angst, dass die Gadgets hat. Junge, wir sind so richtige, dreckige Buschkämpfer, ey. Man kennt's nicht anders. Let's go. Nice. Zwei Cubes. Ich muss evade wollen. Oh, mach was. Ich kann nicht. Ich hab die Penny. Let's go. Ich bin so Profi, Alter. Hättest du mich nicht, Junge. Ich bin gleich in der Wand. Genau. Sehr gut. Push die beiden. Sehr gut. Let's go. Wir haben gewonnen. Als ob wir gewonnen haben. Als ob wir gewonnen haben. Ey, mein, ey. Dieser Name, der ist so ekelhaft, Alter. Ja gut, die Gegner sehen den ja nicht. Das ist sein Glück, auf jeden Fall. Guck mal, der hat der Herz hier da drin, ey. Machen wir noch eine Runde, wenn's gerade so gut läuft. Ich bin bereit und Autoträger an. Ey, come on, Pookie, bitte. Junge, wir verlieren ja nicht. Ich dräng mich an. Ich try harder, ja. Wir können gar nicht verlieren. Das ist alles easy. Junge, wir hatten so Luck gerade. Nee, das war kein Luck, Junge. It's all real. Ich hab einfach total rasiert. Puh, okay, okay. Du bist vor, du bist vor? Ja. Let's go. Zack, zwar mit vor. Du musst den wegpushen? Der wird direkt gepusht. Ja, ja, ja. Geben wir, ne, unten ist noch eine Kiste. Ich hol die noch. Halt die da oben weg, halt die oben weg. Ich hol beide Kisten. Hier sind noch zwei Kisten. Du musst die einfach nur weghalten. Aber bleib noch lange genug dran bei mir. Bleib auf jeden Fall dran, weil nicht... Okay, sehr gut. Fünf Cubes, Digga. So krasser Start, ey. Wo sind die, wo sind die? Links, äh, Quo und... Bleiben wir hier im Busch, Junge. Das ist eh die krassste Taktik, Digga, die Busch-Camp hat. Okay, ja. Pass auf jeden Fall. Das sind beide mit Range, da kann ich nichts tun. Sandwiched? Ja, ja. Da müssen wir noch fast raus. Ich muss noch mal kusten. Ja, das war's für mich. Oh mein Gott, Digga, so hart ein Sandwiched. Oh nein. Oh nein. Ja, ja. Wir hoffen. Voll den Cope, für den Cope. Wir probieren, irgendwie gleich zu jumpen, wenn möglich. Nein. Junge. Danke für das Zähne. Du bist elf Vokal, ey. Kacke, ey. Wir sind von drei Leuten gesandwiched worden. Ja, das ist belastend. Naja. Äh. Egal. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wir gehen mal in den Shop. Komm, jetzt muss ich meine Hut auch rauslassen. Stopp. Hallo. Eröffnet sich nicht. Ja, perfekt. Coach Mike. Let's go. Kaufen. Kaufen. 150. Kaufen. 100. Ja, super. Ey, es ist echt nicht meschig. Na, hör mal. Warum? Es ist echt nicht meschig. Ich muss die ganze Zeit hier alles ausgeben. Okay. Dann kaufen wir noch. Wir haben nur noch, dass die Star-Punkte wechseln. Ja, die hauen wir jetzt auch noch weg. Ey, komm. Ich wollte so gerne den Cope haben, Mann. Das ist schon lange zu spät. Okay. Und ich würde sagen, komm. Gehst du noch mal ins Hauptmenü. Machst du noch mal auf bereit. Machen wir noch eine Runde mit Cope. Let's go, der Hase. Oh mein Gott. Das ist mein höchster Brawler. Und ich wollte den heute unbedingt noch auf über 1000 spielen. Das schaffe ich ja. Ja, ey. Wir kriegen das hin. Ich verspreche es dir. Wir gewinnen jetzt. Okay, was kriege ich, wenn wir nicht gewinnen? Wenn nicht, bekommst du von mir eine Golden-Scheiß-Boxer-Box. Ich will 2000 Jams. Golden-Scheiß-Boxer-Box ist viel krasser. Ich habe drei Stück hier liegen. Ja, und? 2000 Jams, wenn ich mindestens zweiter werde. Nein. Junge, ich habe die Fernsehung genannt. Ich würde mal sagen, wir stellen den Marvin jetzt mal auf Stumm. Let's go. Dann müssen wir uns das auch nicht mehr anhören. Und du kriegst gar nichts, wenn wir verlieren. Oder letzter oder irgendwas werden. Oder wenn wir erster oder zweiter werden. Niemand kriegt irgendwas. Wir geben jetzt einfach unser Bestes. Marvin unmute und autoplay. Und darfst jetzt wieder reden. Los geht's. Okay. Oh mein Gott. Okay, gehst du direkt hier in die Mitte? Junge, Junge. Jetzt müssen wir... Wir dürfen nicht mit einem Sandwich kommen. Du musst hier Control machen. Ich kann fast nichts tun gegen die... Gehst du da auch? Ein bisschen risky, würde ich sagen. Oh Gott. Komm runter, komm runter. Keine Ahnung. Aber irgendwie macht das erstmal keinen Sinn. Hm. Nee, warte. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Ich kann den Crow gleich überraschen. Hab, 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 hab. Beide. Let's go, Digga. Ich hab das ganze Team. Oh mein Gott, die Arme, ey. Die tun mir echt leid. Junge, das war so krass. Die haben extra da reingeschossen. Dachten, so ist es niemand drin. Ich booste einfach raus. Ich hab beide einfach geholt. Junge, das hättest du sehen müssen. Bist du da Petersen? Ja. Ich geh mal ein bisschen vor. Also nicht raus, aber... Ja, äh. Ja, doch. Scheiße, warum muss ich mit Gadgets tun? Ja. Ich halte ihn weg. Pass auf. Geh dann, willst du da echt reinbußen? Ja, zu spät. Naja, das wär nicht, das wär schlau gewesen, aber da warst du noch zu weit oben. Nein, nee, nee, oh mein Gott. Oh, stark, stark, stark. Ich hab leider kein Gadget mehr. Das will ich jetzt zu Tümer. Ja, es tut. Ja, aber da, der Mr.P lebt noch. Falls ihr das weitergepurscht habt. Shit, ich hab kein Gadget mehr, das ist gar nicht gut. Jetzt bei vier Teams, ey. Ich mein, wir haben acht Cubes, das ist ein riesen Vorteil. Rechts kommt der Leon wieder mit dem Mr.P. Komm, wir pushen die. Nicht aufteilen, nicht aufteilen. Komm her. Du überlegst immer hier irgendwelche Schnappsideen, Junge. Ganz ruhig jetzt hier erstmal. Dritter, okay. Komm, 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 da müssen wir dranbleiben. Ja, 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 ja. Ja, 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 nice. Zweiter Submitate, easy. Das ist Plus, das ist Plus. Junge, ich mach dir hier die Plus-Pokale des Todes, ey. Dann kannst du mal holen, ich komm da eh nicht dran. Ich kann's gut, der Hase. Und... GG, nice. Okay, das heißt, du hast jetzt wieder Plus-Fünf vermutlich. Ne, Plus-Sieben sogar, stimmt, toll. Gut, du hast Overall-Plus gemacht, Digga. Ich carry dich hier anders durch. Okay, dann würde ich sagen, zum Abschluss der Folge, Marvin. Ich mein, ich hab dich ja noch nicht genug gewählt. Würde ich sagen, Brawlboxen, 26 Stück, öffnen. Ich will noch ein bisschen Gold auf deinem Account sehen. Guck mal, ich hab 347.000 Gold. Mit was soll ich bitte sehr das Ding öffnen? Mit was soll ich den Baller ziehen? Ja, du musst halt ein paar Jams holen, ne? Bleibt nichts anderes übrig. Ein paar Megaboxen, let's go. Vielleicht kaufst du ja Bigboxen einen Job, weiß ich auch nicht, was du da brauchst. Es ist ja auch Robo Rumbler am Wochenende am Start. Du hast ja noch 1300 Tickets. Ja, kannst du ja easy verzocken eigentlich, ne? Ja. Und das war's, easy. So, ich würde sagen, Fernbedienung is off. Und du bist... Hey Leute, ich wollte sagen, das war's denn jetzt mit dem Video. Checkt gerne Pookie seine Folge ab. Wir haben auch ein Video bei ihm gedreht, unten verlinkt, sobald es online ist. Sorry Boxer, ihr könnt euch bei Pookie beschweren, dass ich jetzt I love the Nita heiße. Ja, eh nur für drei Tage, ey. Heul nicht rum. Okay. Leute, das war's mit dem Video. Danke schön. Ciao. Und bis dann, Internet. Ciao, Kakao. Und tschö mit Öl. Bis zum nächsten Mal.